Ich möchte Sie sehr herzlich willkommen heißen zu einem, zuerst einmal zu einer Umkehrung des Gewohnten, weil Wolfgang Madertaner ja hier häufig interessante Gespräche führt, aber als Fragesteller und heute ist er Antwortgeber. Willkommen heißen bei der ersten Folge einer noch nicht definierten Serie über die österreichische Geschichte. Vorweg möchte ich sagen, dass wir uns entschlossen haben, jeden Bezug zu den schrecklichen Ereignissen in der Ukraine auszusparen, weil es auf jeden Fall unpassend wäre. Daher bitte ich Sie zu verstehen, dass wir das sozusagen nicht erwähnen. Wolfgang Madertaner war viele Jahre Generaldirektor des österreichischen Staatsarchivs, aber vor allem ist er Historiker und noch wichtiger ist, dass er einer jener Historiker ist, mit denen man nicht nur über Ereignisse und deren Interpretationen, sondern auch wie so über die Jahrhunderte sich die Dinge dann vergleichen und Schlüsse auf das Heute zulassen etc. Also Sie werden sehen, ein wunderbarer Gesprächspartner zum Thema. Wir haben entschieden, dass wir mit den Barmbergern beginnen wollen, weil sonst kommt das sozusagen gar nicht weiter. Und haben uns zwei Dinge vielleicht so als Grundprinzip vorgenommen. Das eine ist, dass wir ein paar dieser erstaunlicherweise über rund 1000 Jahre sich erhaltenden Mythen etwas in Frage stellen wollen. Und das zweite sind eben diese Bezüge, wo man das Gefühl hat, dass sich zwar die technischen und organisatorischen etc. Umstände sehr geändert haben, aber gewisse Grundstrukturen der Politik stabil sind. Wolfgang, ich möchte beginnen mit einer Frage, wie sich das gehört. Die erste Frage ist, die Barmberger haben den Nimbus, dass sie irgendwie so unschuldige Provinzfiguren waren, die irgendwie aus dem Nichts kommen und plötzlich Markgrafen in Österreich sind. ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass die Barmberger unmittelbare Nachfolger des Lullpult des Ersten und dann des Arnulf des Böses etc. von Bayernherzügen waren und daher überhaupt keine neue Ankömmlinge auf der Szene, sondern sie waren plötzlich Markgrafen in dem Bereich Europas, nämlich Bayern und dem dem angrenzenden heutigen Österreich, wo sie vorher Herzöge waren. Zunächst einmal, die Barmberger gibt es nicht. Die Barmberger... Wir müssen es annehmen, weil sonst macht das jetzt alles keinen Sinn mehr. Ja, die Barmberger wurden Postante so benannt von der Geschichtsschreibung. Und auch die berühmten Beinamen wie der Streitbare oder der Gloriose oder der Glorreiche etc. etc. ist alles eine Konstruktion der Zeit danach. Manchmal vergehen zwei bis drei Jahrhunderte, wie im Fall von Sundheim, einem frühen Geschichtenschreiber, Historiker, Legitimisten, der eben das Barmbergische als Bezeichnung, als Terminus erfindet. Otto von Freising, der Bischof von Freising und Sohn des Leopold des Heiligen, hat die Vermutung geäußert, dass das Geschlecht aus den Poponen herstammt. Das ist ein thüringisches Hochadelsgeschlecht mit einer Stammburg Babenberg. Viel wahrscheinlicher ist deine These. Sie stammen aus dem bayerischen Hochadel. Sie ziehen mit, mit dieser enormen Kolonisation, die sich da nach Karl dem Großen in den Südosten Europas hinzieht. Es ist ein Kolonisationsprozess, es ist ein Prozess der Urbarmachung eines Wüstenlandes, das sich da am Donaustrom hinzieht, eines Niemandslandes, eines, würde ich mal sagen, entgrenzten Grenzraums. Da gibt es keine politischen Strukturen. Es ist ja auch so, wenn wir über Österreich sprechen, also Österreich und Bamberger und diese Zeit, dann reden wir in Wahrheit über die Donau und ein paar Kilometer Ufer Nord- und Südseite. Wir reden in Wahrheit zunächst über jenen kleinen Streifen, das sich rechts und links des Donaustroms hinzieht, der zwischen den Ausläufern der Alpen und dem großen Nordwald liegt. Und das ist im Prinzip ein No Man's Land, ein herrschaftsfreier Raum, in dem vereinzelt so restgermanische Bevölkerung, also Langobarden, Marko Mannens, Reben, in dem romanische Reste leben, romanisch-keltische Siedler, in dem es keine Handelszentren gibt, keine Zentren überhaupt, keine städtischen Zentren. Verzeih, wenn ich unterbreche, ist es richtig zu sagen, dass man würde ja vermuten, dass die Donau ein immens wichtiger Handelsstrom war. Jetzt muss man aber sehen, dass wenn jemand, es ist schon einmal die Donau viel unfreundlicher gewesen, als sie heute war, also das war schon einmal unsicher per se. Aber vor allem jemand, der durch das heutige Österreich einmal erfolgreich durchgekommen ist, ist zuerst in der Warn und nachher in Ungarn in die Hand gefallen. Also es war ja nicht so, dass man gesagt hat, das ist die Durchzugsstrecke in Schwarze Meer. Ganz richtig, es ist, dieser Raum wird in seltsamer Weise, wenn man so will, ausgebeutet und zugleich ausgeblutet, von einer sehr dünnen arbarischen Oberschicht, die aber zu einer Staatsbildung weder willens noch fähig ist. Es ist also, die sind gefährlich im Wesentlichen und sehr, sehr gefährlich für jeglichen Handel. Und sonst was sind natürlich die Madian, die auch immer wieder Einfälle unternehmen. Und es wird ja mehr als zweihundertjähriger Kampf in der gesamten Zeit der badenbergischen Herrschaft sein, der sich gegen die Madianen richtet, gegen die Ungarnkönige, gegen die diversen Belas und so weiter, die immer wieder auch versuchen, ihren Lebensraum in dem Sinn auszudehnen. Also da trifft die bajuwarisch-fränkische Siedlungsstoßkraft auf eine sehr, sehr natürliche Grenze, die Militärkraft der Ungarn. Aber das heißt, der Beginn, also was wir so als Beginn bezeichnen, das beginnt immer mit Leopold I. Und 976 wird der Maggraf von Österreich und es kommt sozusagen aus dem Nichts. Die Wahrheit ist, höchstwahrscheinlich ist er unmittelbarer Nachfolge der früheren bayerischen Herzöge und wird selber nicht mehr bayerischer Herzog, weil der Otto der Große seinen Bruder dort einsetzt und die Bamberger mit dem, muss man jetzt sagen, so sehr wir irgendwie das alles schön finden heute, mit dem ziemlich trostlosen Österreich bedient, oder? Ja, das ist, darf ich vielleicht lieber Rudolf vorausschicken, worüber wir reden, ist in einem großen Sinn von Legenden umwoben, von historischen Konstruktionen, von Einschreibungen, die im Besonderen im 19. Jahrhundert, aber auch im 20. und jetzt noch immer, aus unserem jetzigen Bewusstseinsstand geformt werden. Diese Ebenen, und das wird im Besonderen auch natürlich für die uns völlig unerklärliche Geschichte der Gefangenschaft und der Lösegeldforderungen für Richard Lionheart im Besonderen exemplifiziert werden. Das sind Ebenen, die uns wenig zugänglich sind. Sie sind Legenden umwoben, sie sind von Machtansprüchen durchzogen, die wir so nicht mehr in Wirklichkeit nachvollziehen können. Aber das wäre mein erster Punkt jetzt nicht ironisch gemeint, wenn man so stabile Bestandteile der Geschichte herauslöst. Es gibt heute ganz genauso dieses Phänomen, wo sich das, was wir ein Geschichtl nennen, verselbstständigt und irgendwann einmal ist es irrelevant, was die Wahrheit war, weil das Geschichtl schreibt die Geschichte und die Anekdote schreibt die Geschichte. Und so gesehen sind diese Mystifizierungen auf der einen Seite interessant, wenn man sie sozusagen historisch einfach widerlegen kann und sagen, die Wahrheit war aber ganz was anderes. Auf der anderen Seite haben sie aber ihre Bedeutung einfach aufgrund ihrer langen Existenz und entwickeln eine eigene Dynamik. Weil sie eine eigene Dynamik entwickeln, weil sie sozusagen aus sich selbst heraus sprechen und weil sie zur Legitimation späterer historischer Zustände und Verhältnisse einfach immer wieder herangezogen werden können. Also im Fall der Babenberger, das ist die Erfindung des Österreichischen. Also die Anekdoten sind die stabilsten Ziege. Anekdoten sind die stabilsten und in dem Sinn natürlich auch, jetzt setze ich das schon unter Anführungszeichen, und in dem Sinn auch historische Wahrheit. Weil wir haben bis in die Zeit des Leopold VI., des sozusagen vorletzten Babenbergers, wenn man das so bezeichnen darf, haben wir eigentlich eine Überlieferung, die äußerst dünn ist. Also die dokumentarische, die historische, die quellenmäßige Überlieferung zu den Babenbergern ist schlecht. Sie ist vieles von dem, was wir wissen, haben wir aus den Erzählungen, aus den Legenden, aus den fortgesetzten Geschichten späterer Jahrhunderte. Auch aus dem Bedürfnis zum Beispiel der Habsburger, ihren Herrschaftsanspruch, ihren dynastischen Anspruch aus einem mythologisierten Mittelalter zu begründen. Ja, die haben die Vorgeschichte gebraucht. Ja, genau. Die haben die Vorgeschichte gebraucht, unbedingt. Und sie haben auch einen, wenn ich das respektlos so bezeichnen darf, einen örtlichen Heiligen gebraucht. Also man kommt ja da mit den italienischen Heiligen, ist man da nicht sehr weit gekommen. Man brauchte sozusagen einen umeigenen Stamm und Blut. Und ist man auf den großen Klostergründer gekommen. Gibt es eine Erklärung eigentlich, wenn wir sozusagen jetzt chronologisch, ohne da jetzt allzu langsam zu sein, aber chronologisch vorgehen, gab es eben diesen Leopold I., also sozusagen der erste Markgraf. Der von dir genannte Bischof von Freising, der ja irgendwie sozusagen zumindest, glaube ich, der früheste der Biografen war sozusagen, der Bamberger, selber Bamberger war, also der hatte ja vermutlich ein Interesse, die gut dastehen zu lassen. Der erwähnt ihn gar nicht. Bei dem beginnt sozusagen die Bamberger-Geschichte erst später. Ist das ein, also da gibt es ja diese eine Anekdote, die ich wirklich als Inbegriff, wie soll ich sagen, von Fies empfinde. Der beginnt ja mit diesem Adalbert, der bei Gericht erscheinen soll und große Sorge hat, dass er dort hingerichtet wird. Und der Bischof von Mainz, glaube ich, verspricht ihm freies Geleit, holt ihn von der Burg ab, reitet mit ihm Richtung Gericht. Und die kommen nach kurzem drauf, dass sie jetzt eigentlich lieber was essen wollen, weil sie so einen langen Ritt vor sich haben, gehen wieder zur Burg, also reiten zur Burg zurück, dann zu Gericht, frisch genährt. Und es ist kein Rett mehr von freiem Geleit, der wird dort verurteilt und dann auch hingerichtet und wendet sich hilfesuchend an diesen Bischof von Mainz, weil du hast mir doch versprochen, freies Geleit. Und er hat gesagt, ich habe dir versprochen, ich bringe dich sicher zur Burg zurück. Und dort waren wir und haben gegessen. Und das ist offensichtlich als Geschichtl dem Freising wichtiger als die historische, vermutliche Wahrheit des ganzen Leopold, oder? Weil es sozusagen einen Sinn dahingehend ergibt, dass politische Intrige und Ränkespiel sozusagen seit sehr, sehr früher Zeit im Wesentlichen die Beziehungen der herrschenden Glanz untereinander bestimmen. Und er versucht zu warnen. Er versucht auch zu warnen vor Fehlentwicklungen in der Kirche, die es damals gegeben hat. Otto von Freising wird ja einer der ganz großen Promotoren der radikalen Kirchen- und Mönchstumsreformen. Es wird sich gegen das benediktinische Klosterwesen richten. Er wird eine Zisterze einrichten, ein Zehnserkloster im Heiligenkreuz. Zusammen eben mit Leopold III. Es ist eine Metapher. Aber kann man sagen, dass wenn ich den heutigen Historikern unterstelle, dass ein Grundkonsens herrscht, dass das Ziel, die Recherche und die Interpretation tatsächliche Ereignisse oder tatsächliche Entwicklungen ist, dass wir bei einem Historiker und einem hoch angesehenen Historiker des 13. Jahrhunderts eigentlich das Ziel hatten, eine, wie soll ich sagen, eine Untermauerung herrschaftlicher Gegenwart zu schaffen. Ja, die Geschichtswissenschaft in dem Sinn ist ja noch nicht erfunden. Es wird noch weitere 500, 600 Jahre getan. Aber die Wahrheit des Maßstab hat es schon gegeben. Die Wahrheit des Maßstab hat es gegeben. Aber wie wir wissen, ist die Wahrheit auch nicht immer ein in sich geschlossener Block. Ich wollte damit sagen, er hat sicher Geschichte geschrieben, um uns etwas mitzuteilen. Auch um die badenbergische Herrschaft, den Landesfürstentum, ihr Herdugstum zu begründen. In diesem doch ganz, ganz seltsamen Grenzraum, in dem das Christentum, gerade beim Prozess der Kolonialisation, beim Prozess der sogenannten Zivilisierung, eine so große Rolle spielen wird. Und in dem das Herrschergeschlecht, wird nämlich die Badenberger ganz, ganz mächtig und gewaltig auch über die Entwicklung der römischen Kirche in ihrem Territorium bestimmen. Sei es durch Stiftungen, sei es durch Zuwendungen, sei es durch Gründungen, selbst sei es durch Erwerken päpstlicher Privilegien. Also da entsteht so etwas wie ein erstes Landeskirchentum. Man darf das nicht unterschätzen. Das Kirchentum wird von Passau ausgepredigt, von Salzburg ausgepredigt. Und es passt hervorragend. Es passt auch in unsere Geschichte und in unser Verständnis von Österreich. Unser heutiges Verständnis von Österreich noch. Hier passiert Zivilisation. Im Gegensatz zum Wüden Osten, im Gegensatz zu, ich weiß nicht was alles. Hier passiert Zivilisation. Etwas später als im Westen, aber wir schaffen den Anschluss. Wir schaffen den Anschluss an die europäische Hochzivilisation. In Form unseres bayerischen, das lassen wir aus, Hochatlas. Es ist ja auch eigenartig, dass in einer Zeit, wo wir kein Grundbuch, keine in unserem Sinn Vermessungen etc., keine präzisen Grenzziehungen und 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 hatten, diese Schenkungen und Lehnsvergaben etc., in einer bürokratisch eigentlich peniblen Form geschrieben wurden, von Menschen, die von der Lokalität ziemlich weit entfernt waren. Also deutsche Kaiser verfügen dann über diese berühmten Hufen, was ja letztlich relativ kleine Einheiten waren. in einer, wahrscheinlich haben die auch, da gab es sicher auch Schlampereien, aber für den geringen Informationsstand und für die geringen Möglichkeiten der Dokumentation ist das erstaunlich penibel präzis, oder? Ich würde sagen, das ist auch ein Prozess, der nicht mit dem ersten und nicht mit dem zweiten Leopold einsetzt, der setzt mit dem dritten, mit dem Heiligen ein. Ja. Und hier kommen wir zum ersten Mal auf sowas wie ein gemeinsames Rechtsverständnis, wie auf eine gemeinsame rechtliche Basis, auf das Ius Ilius There, das Recht jenes Grenzlandes, das ja auch als Plaga Oriental ist oder Macher Oriental ist, als das Ostland bezeichnet wird. Und ein ganz wesentlicher Punkt, ich bin sehr froh, dass du das ansprichst, ein ganz wesentlicher Punkt einer gemeinsamen Identität ist ein gemeinsames Rechtsverständnis. Ja. Das muss natürlich geschaffen werden, das ist klar, das wird von oben her geschaffen, aber es kann sich nicht... Und wir reden auch bereits über etwas, was sehr unsauber gesprochen im heutigen Niederösterreich entspricht, also wir sind jenseits bereits in der Tonau an. Wir sind bereits, wir sind bereits Machleiter und, ja, uns in etwa dieses Gebiet. Und Waldviertel. Und Waldviertel, ja. Ah, apropos Waldviertel, der nicht wenig Legenden umwobene Leopold II. verlegt seinen, wie soll ich sagen, Herrschaftssitz, ist vielleicht noch eine Spur zu hoch gegriffen, seinen Amtssitz nach Garsankamp. Das ist sehr ungewöhnlich, weil das ist eigentlich Wildnis, ja. Und eine durchburgenunterbrochene oder durchbrochene Wildnis. und hat auch eine ebenso Legenden umwobene Gattin, die Itha oder Ida, die sich nach seinem Tod nicht dem Willen des Nachfolgers, des Leopold III. beugen wird, sondern sich einem kleinen Kreuzzug anschließt. Völlig ungewöhnlich für eine, nicht für eine Frau, auch nicht für eine Witwe, aber für eine Herrscherswitwe, ja. Oder für eine landesfürstliche Witwe. Maggrafen, ja. Und dieser sogenannte kleine Kreuzzug von 1101 endet im Debakel, im vorständigen Debakel. Und wir haben außer einige mystifizierte und legendenhafte Erzählungen, zeitgenössische Erzählungen, keinerlei weitere Nachricht mehr über das Schicksal dieser Herrschersgattin Ida. Der Kreuzzug wird übrigens von den Sarazenen in Heraklea eigentlich gänzlich... Aufgelöst. Aufgelöst, aufgerieben, wie man so sagen kann. Also ein sehr, sehr erstaunliches Ende. Und das ist ja auch ganz wichtig. Mit den Babenbergern verbinden sich, wie du gesagt hast, Geschichteln, die uns bis heute beschäftigen. Die Agnes-Legende ist vielleicht die wichtigste davon, aber es gibt auch noch ganz, ganz viele andere. Gut, das ist ja, verzeiht euch, aber die Agnes-Geschichte, diese Schleier und Klosterneuburg und so, das ist ja offensichtlich ein Geschichtel. Das mit der Ida ist ja... Das ist ja sozusagen in der Realität, was auch immer es war, eine handfeste Geschichte. Es ist eher handfest, ja. Und der Mythos verkleidet das eben. Ja, aber der Mythos ist, dass sie irgendwo im fernen Osten wieder als Königsgattin auftaucht. Ja, vermutlich das Wunschdenken und Ähnliches. Also, dass auch ein bisschen auf das Zeitlose und Überzeitliche des Österreichischen hinweist, auf das wir so oft noch kommen werden. Ich meine nur, das hat einen wahren Kern, nämlich die war einfach, was ungewöhnlich war, auf diesem Kreuzzug mit. Naja, sie war eine hoch selbstbestimmte Persönlichkeit. Sie hat sich geweigert einfach den Anordnungen oder was immer das war, des neuen Herrschers, der ja sozusagen Blutsverwandter war. Und das ist ja eine Rolle, die in der Geschichte immer die Eleonore von Aquitanien monopolisiert hat, dieses Frau am Kreuzzug. Ja, ja. Sie haben sich die Eigenständigkeit ihres Territoriums, ihres Herzogtums erobert. Sie haben das sozusagen gerodet, zivilisiert unter Anführungszeichen. Sie haben das urbar gemacht, ja. Sie haben sich eine Machtbasis geschaffen und sie haben sich per Teilnahme an den Kreuzzügen in die Reichspolitik integriert. Ich wollte gerade sagen, das ist ja eine der, wie soll ich sagen, ungeklärten Motivlagen, warum Menschen unter diesen Herrscherfiguren, was war das Motiv, teilzunehmen. Also jeder hat vor sich hergetragen, Glaube und Jerusalem und so. Aber es ist ja zu vermuten, dass da viel mehr, also sehr unterschiedliche Motive letztlich eine Rolle gespielt haben. Und die Bamberger haben sich einfach von der, sagen wir mal, von der dritten Reihe in die zweite Reihe nach vorn gespielt. Ja, und zum Schluss, eigentlich spielen sie in der ersten Granitur mit, ja. Durch eine wunderbare Heiratspolitik begünstigt, die ja auch so Anleitern für die Habsburger dann geworden ist, ja. Die auf den Heiligen zurückgeht, ja. Also auf den dritten Leopold. Ich würde meinen, diese Verselbstständigung des Herzogtums, ja. Diese Loslösung vom Stammherzogtum Bayern, ja. Die eine geniale Leistung des Friedrich Barbarossa war nebenbei, ja. Man schreibt das ja im österreichischen Nationalbewusstsein immer nur dem Heinrich Herr Sommergott zu. Aber in Wirklichkeit war es eine wunderbare taktische Überlegung gegen die Welfen durch den Barbarossa, ja. Also gegen Richard. Hast du einen Sprung gemacht, wo wir jetzt einen Halbschritt zurück müssen? Die Barberger waren kaisertreu, wären auch schlecht beraten gewesen, wenn sie es nicht gewesen wären. Und waren in den diversen Streitereien tendenziell sozusagen kaisertreu. Und dann hat sich das bei Leopold II. begonnen zu drehen, weil man da auch sich ziemlich kategorisch entscheiden musste, Papst oder Kaiser. Und da war es dann mit der Kaisertreue bald vorbei. Gibt es da eine schlüssige, außer Zeitgeist, eine schlüssige Interpretation, warum das … Ja, die schlüssige Interpretation ist die Geschichtsschreibung selbst, ja. Ich würde sagen, man schreibt den Barbenbergern das typische Österreichische ein, ja. Das heißt die Fähigkeit zum Ausgleich, die Fähigkeit zum Kompromiss, gewissermaßen sozialpartnerschaftliche Fähigkeiten, die man hier hinein interpretiert. Du meinst Flexibilität? Flexibilität, ja. Der Leopold II. hat chargiert, ja. Er hat immer geschaut, wo ist der stärkere Wem habe ich zu dienen und durch welche Dienste steige ich selbst am weitesten auf. Er hat da schlussendlich eine doch sehr erstaunliche Kehrtwendung gemacht, aber die war machtpolitisch richtig. Wie gesagt, das alles unter dem Vorbehalt, dass wir diversen Geschichtsschreibern, die zeitnahe schreiben, und zeitnahe meine ich bis zu 300 Jahren, ja, dass man dem Glauben schenken darf. Weil die urkundliche Überlieferung, ja, das Quellenmaterial, das berühmte, ist wirklich, wirklich sehr dünn. Und umso mehr eignen sich diese ganzen Leopolde und jene, die dazwischen waren, zu Einschreibungen eben, zu Interpretationen post ante. Wie konstruieren wir das idealtypisch Österreichische? Und das idealtypisch Österreichische ist Ausgleich, ist Vermittlung, ist Neutralität. Und das haben wir sehr, sehr stark. Im Wesentlichen konzentriert sich dann letztendlich alles beim Glorreichen, beim Leopold VI. Jetzt, diese Privilegium Minus und Herzogsnennung sozusagen dann, der geht ja eigentlich eine, wie soll ich sagen, der geht ja eigentlich eine Blamage voraus. Also die Bamberger werden Herzöge deswegen, weil der, ich glaube Konrad III oder so, mit den Welfen, also die Welfen entmachten wollte. Und setzt dann die Bamberger als Herzöge ein, weil der postenfrei geworden ist, weil er die Vorgänger abgesetzt hat. Und der Friedrich II. will mit den Welfen wieder auf, also bei aller Skepsis und aller, bei allen Sorgen, die er wahrscheinlich da hatte, aber will die jedenfalls wieder zu verträglichen, vielleicht nicht Verbündeten, aber zu verträglichen Partnern machen. Und gibt ihnen daher dieses Bayern wieder zurück, dass er den, was sein Vorgänger, den Bambergern wenige, buchstäblich wenige Jahre vorher, also das eine war 1139 und das andere war 1156, was knapp vorher als den Bambergern gegeben wurde. So, und jetzt stand ihm der, ja so mir Gott, in Wahrheit aus Sicht des Friedrichs als Problem da, weil was macht er mit dem jetzt? Der hat per se nichts angestellt, aber er will ihm trotzdem dieses Bayern wegnehmen, damit er mit den Welfen sich wieder versöhnen kann. Und kommt auf die vermutlich ziemlich schlaue Idee, dass er sagt, ich nehme einen Teil von diesem Bayern, nämlich dieses Österreich heraus und mache das zu einem selbstständigen Herzogtum. Dann ist der ja so mir Gott weiter Herzog, zwar von einem viel kleineren Ding, als er vorher hatte, aber ist weiter Herzog. Die Welfen sind froh, weil sie das größere Bayern bekommen haben und alles palettet. Und der Heinrich geht aber lange Zeit eigentlich auf diesen Deal nicht ein und nimmt eine ziemlich riskant unhöfliche Position dem Friedrich gegenüber ein, indem er zu all diesen bestellten Terminen nie erscheint, weil er weiß, was ihm blüht. Ja, natürlich. Der Barbarossa ist noch nicht der Barbarossa zu dem Zeitpunkt, aber er ist auf dem Weg dazu. Genialer Taktiker und Organisator und sagen wir mal so, fortgesetzter kontinuierlicher Druck kann den Heinrich überzeugen, dieser Lösung zuzustimmen, aber man muss ihm was bieten. Und man bietet ihm sozusagen die Eigenstaatlichkeit. Man bietet ihm ein Landesfürstentum in Form eines Herzogtums an. Das ist nicht schlecht. Und im Privilegium Maios von 1156 wird das genau festgeschrieben. Noch etwas wird festgeschrieben. Eine unglaublich weitsichtige und aus heutiger Sicht unverständliche und wir haben ja den Text des Privilegium Maios, dass die weibliche Tonfolge geregelt wird. Etwas, was zu dieser Zeit eigentlich undenkbar ist. Oder wenn es denkbar ist, nur in den allerhöchsten Adelskreisen. Das heißt, dass die Festschreibung der Möglichkeit einer weiblichen Erbfolge die Anerkennung auch des Status dieser Familie ist. Das heißt, sie gehören zu den Reichsgranten ab diesem Zeitpunkt. Das ist ein wesentlicher und wichtiger Punkt. Und dem Recht selber Nachfolger zu ernennen, nicht? Und dem Recht selber Nachfolger zu ernennen, absolut. Ein weiteres Recht wird zugestanden, nämlich jenes der Kriegsfolge. Sie brauchen entsprechende Kontingente nur mehr bei Konflikten im unmittelbaren nachbarschaftlichen Umfeld stellen. Das ist ganz wesentlich, weil er damit über seine eigene Herrkraft bestimmen kann. Und es spart viel Geld, muss man sagen. Und es spart viel Geld, ja. Apropos Geld, die Babenberger gelten als absolut wohlhabend und reich durchgängig. Es ist in einem abgabenarmen Land, das man eben erst zivilisieren muss, durchaus unverständlich. Und geht vermutlich auch darauf zurück, dass man in der Zeit des großen, großen Streits zwischen Kösertum und Papsttum den damals kaisertreuen etliche Ländereien und Besitttümer entzogen hat. Also, dass dieser Reichtum schon auch auf Raub basiert. Aber wie dem auch immer sei, sie müssen nach dem Privilegium Minus nicht mehr auf Reichstagen erscheinen. Das heißt, sie müssen keine äußere Gefolgschaft mehr dem Kaiser oder dem König gegenüber nachweisen, was auch eine unglaubliche Statuserhöhung ist. Außer, und das ist auch wichtig, auf Reichstagen, die in Bayern abgehalten werden. Also, wo die Anreise nicht allzu lange ist. Dieser Leopold III. ist der ja dann eben als Heiliger und der ist irgendwie so grundgültig. Aber der ist ja derjenige, der eigentlich einen ziemlich radikalen Schritt setzt. Also, in diesem Streit zwischen dem Heinrich IV., der von Canossa und seinem Sohn Heinrich V., buchstäblich einen Atemzug vor der Schlacht, die Fronten wechselt, nicht? Oder ist das auch ein Mythos? Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Mythos ist. Das könnte durchaus historische Realität sein. Der Mythos ist die Einschreibung. Der Mythos ist die Einschreibung. Wir finden das wieder. Wir finden es wieder in der Völkerschlacht zu Leipzig, wo Österreich sehr lange überlegt, ob man sich der antinapoleonischen Koalition anschließt oder nicht. Und unmittelbar am Vortag dieser großen Völkerschlacht entscheiden wir uns. Und wir entscheiden uns richtig für die richtige Seite. Wir entscheiden uns für die Siegerseite, die von vornherein noch gar nicht feststellt. Was man erst im Nachhinein weiß. Ja, und was man immer erst im Nachhinein weiß. Und insofern könnte das auch Teil der großen Story, der großen Erzählung, der großen Einschreibung sein. Du meinst dieses am Abend vor der Schlacht die Front wechseln? So lange abwechseln. Entschuldigung. So lange die Positionen abwechseln und einschätzen. Ja. So lange changieren, bis man doch zumindest halbwegs Klarheit haben kann und dann sich erst entscheiden. Ja. Also das Sinnhaltende. Das zunächst einmal Zögerliche. Das sich im Endeffekt ja aber doch als das Gescheite herausstellt. Ja. Und als das Richtige. Das wäre ja auch etwas, was wir uns sehr gern zuschreiben oder zuordnen in Österreich. Eine andere Aura, die da aufgebaut wird, ist, Bamberger heiraten, ich sage zweieinhalb, weil es gab eine dritte byzantinische Prinzessin, die schon fast geheiratet, oder sie war schon verheiratet und die haben sie dann wieder nach Hause geschickt. Aber auf jeden Fall zwei Theodoras, also byzantinische Prinzessinnen, wären Bamberger Frauen. Was eigentlich für dieses irgendwo zwischen zweiter und dritter und fallweise vielleicht auch erster Ebene war. Das war schon eine sehr bedeutsame Angelegenheit. Das muss man aber dazu sagen, dass diese Bamberger Töchter geheiratet, diese byzantinischen Prinzessinnen geheiratet haben zu einem Zeitpunkt, wo das Byzanz mehr Mythos als Realität war. Also das war ja beschränkt mittlerweile auf einen wirklich, sehr salopp gesprochen, Konstantinopel und Umgebung. Ist das dann auch, also wenn man jetzt Liebesheiraten als Motiv eher ausschließen kann, vor allem nicht, wenn die Eheleute auf Hunderte und Tausende, also kurzum, da sind ja zumeist politische Motive dahinter gesteckt. Ist das einfach Prestige-Import? Also Macht-Import ist es nicht mehr, weil der byzantinische Kaiser nicht mehr mächtig war. Nein, aber ich müsste Herr Rudolf vollkommen recht geben, es ist Prestige-Import. Es zeigt auch an, wir haben nicht nur einseitige Interessen nach Bayern oder nach Thüringen oder wo, immerhin in diese Richtung. Wir haben sozusagen den weiten Blick auch in den Osten und in das traditionelle christliche Ostland. Das ist nach wie vor unsere Mission, ist nach wie vor unser Auftrag, daher auch der wirkliche, doch mit großer Begeisterung, glaube ich sagen zu können, durchgeführte Anschluss oder die Teilnahme an den Kreuzzügen. Diese wird ja auch die österreichisch-ungarische Monarchie prägen und nach 1867, also dieser Zug auf den Balkan in den Südosten Europas, dieser, wenn man so will, imperiale Zug, imperialistische Zug, wäre vielleicht übertrieben, kulturimperialistisch auf jeden Fall. Der wird ja letztendlich auch zum Untergang der Monarchie führen, aber es ist da, es ist eigentlich die gesamte österreichische Geschichte da. Dies und die Hegemonie in Deutschland, man strebt beides zugleich an. Und um die Hegemonie in Deutschland gewinnen zu können, also um Kaiser des Römischen Reiches Deutscher Nation, wie es so lange benannt wurde, zu werden, braucht man eine solide Machtbasis. Die solide Machtbasis ist das Ostland. Aber je weiter sich das Ostland und je weiter sich die Beziehungen des Ostlands in das klassische Zentrum der östlichen Christenheit erstrecken, nach Byzant, das bringt ja einen ungeheuren symbolischen Mehrwert mit. Man dokumentiert das sehr deutlich auf diese Art und Weise. Außerdem, in Österreich waren eh schon immer Internationalisten. Das Nationale liegt uns ja auch fern, wie wir wissen. Wir haben jetzt sozusagen so einen Bogen, der grob gesprochen jetzt 200 Jahre Bamberger abdeckt, was wir zu Recht, weil es dann viel zu detailliert wird, aber jetzt kaum erwähnt haben. Die Alltagshauptbeschäftigung war aber Ungarn, Einfälle zu bekämpfen oder die Ungarn, also jedenfalls war Konfrontation mit den Ungarn, fallweise mit Böhmen, selten aber auch mit Polen, immer wieder mit Meeren, also sozusagen dieses Bollwerk gegen Osteuropa war sozusagen der normale Job, nicht? Das hat Sie begleitet über die ganze Zeit. Das ist die historische Aufgabe. Es wird uns begleiten, die Kämpfe gegen die Türken, die Kämpfe gegen die ungarische Nation, die ungarische Adelsnation, in gewisser Weise auch die Kämpfe gegen die polnische Adelsnation. Das ist etwas, was sozusagen die Reichsidee Österreich präformiert, dominiert, aufrechterhält. Und bevor wir jetzt zum Schluss kommen, weil wir das dann hoffentlich bei einem nächsten Gespräch dann genauer bereden können, ist es jetzt sozusagen in der Dramaturgie eines Theaterstücks, könnte man sagen, alles, was wir jetzt besprochen haben, gipfelt in diesem Mythos Löwenherz, oder? Also Gefangennahme des Löwenherzs. Also sozusagen die Hälfte stimmt davon nicht, die zweite Hälfte ist ein sich im Reich nach vorne spielen, also sozusagen mehr Bedeutung sich zuschreiben, als man am Papier hatte. Also irgendwie hat man das Gefühl, alle diese Komponenten finden sich in dieser unglaublichen Löwenherzgeschichte wieder, in der Erzählung der Löwenherzgeschichte. Das ist der fünfte Leopold, oder Leupold, der ja in der Nachfolge des Kinderlosen, oder gerade des vierten, 1192 die Stärmark erwirbt, unter Anführungszeichen. Also der einmal die territoriale Basis ausbaut, und zwar massiv ausbaut. Leopold V. ist ein großer Förderer, nicht des Kirchenwesens, wie alle anderen. Babenberger Leopold V. fördert sozusagen Kultur und Wissenschaft und Ökonomie. Also der ist in dem Sinn ein Landesgründer. Wir brauchen sozusagen, um eine territoriale Identität zu schaffen, gemeinsames Recht, aber auch eine gemeinsame Ökonomie. Und der macht das schon sehr viel in Förderung des Städtewesens, des Handels, etc. Und da ist er der erste seiner Familie. Die Ansätze gibt es immer wieder schon. Sie waren immer auch Modernisierer. Die Ansätze gibt es mit dem Ausbau Wiens und Ähnlichem, bereits unter dem Heinrich Erso mehr Gott. Man muss sich jetzt unterbrechen, für einen guten Fortsetzungsroman, glaube ich, ist es notwendig, dass Leser oder Publikum sagen, warum jetzt unterbrechen, jetzt hätten wir so gern weiter zugehört. Wir machen einfach weiter beim nächsten Mal. Ich bin sehr dafür, weil man kann dann bei dieser in der Tat völlig unglaublichen, für uns völlig eigentlich unverständlichen Geschichte der ersten großen Geißelnahmen der Weltgeschichte heute seit der Spätantike überhaupt sprechen, ein Fall, der wirkliche, wirkliche Weltgeschichte ist. Zumindest aus der eurozentristischen Sicht. Wir wollen also jetzt einmal die Hochkulturen in anderen Kontinenten auslassen, also zumindest von europapolitischer unglaublicher Bedeutung ist und ein Potenzial für alles Mögliche in sich getragen hat und alle möglichen Konsequenzen nach sich gezogen hat. Dann möchte ich mich bei dir sehr bedanken. Ich hoffe, dass du dein Versprechen hältst, dass wir weitermachen. Ich von meiner Seite sehr, sehr gerne. Ich entschuldige mich noch für meine leicht angeschlagene Stimme. Ihnen danke ich, dass Sie uns zugehört haben und lade Sie sehr ein, beim nächsten Mal wieder dabei zu sein, hier im Wohnzimmer von Bruno Kreisky und den Bahnbergern. Ich danke dir. Danke dir. Danke dir. Untertitelung des ZDF, 2020